Entschuldige Männer, komm schon rein. Schönste aller Schönen, willst du einen Tee? Lass dich niederkommen und trinkt. Du bist pünktlich um 9.59 Uhr hier. Hast du gehört, nicht eine Minute später, auch nicht eine Minute früher. So Gott will. Du wirst pünktlich wieder hier sein. Hey, das Camp ist der Hammer. Ich mach Musik an. Achtung! Antworte! Beruhige dich. Sag mir nicht, dass ich ruhig bleiben soll. Ich bin ruhig. Die Mutter des Kleinen. Die ist ja wild. Erkennst du ihn? Abu Fat, Hamad al-Wizwaz, ein bekannter Dichter. Ein Gedicht schreiben, das so richtig in den Himmel knackt. Es lohnt sich immer, sich Mühe zu geben. Wer bist du? Wer sind Sie? Ich bin der Besitzer. Geh drum! Was ist das? Wer hat er denn da? Raus damit, geht bitte. Ich halte Sie ein. Was hat er denn? Das liegt mir fern, Bruder. Wir werden dich garantiert erwischen. Jetzt oder später. Los, los. In der Wüste findest du doch niemanden, der dich... Spender! Sei aus dem Gin. Ich hab da ne Frage. Wieso heißt das Kamille werden böse? Hast du Angst? Hallo.